Hannes Joplat ist Biohacker. Er ist der Meinung, dass der Einsatz digitaler Implantate im Alltag keine allzu ferne Zukunftsvision mehr ist. Und das geht nicht? Nein, nicht viel. Wenn man ihn mit einer Kugel injectert, braucht es etwa 1 Sekunde. Und es ist so leicht, wie es in die Kugel ist. Und was kannst du damit machen? Ich benutze meinen Chippimplanten, um zu öffnen, in meinem Büro zu öffnen, um verschiedene digitale Geräte zu erzeugen. Um mein Telefon zu erzeugen, um mein Computer zu erzeugen. Ich benutze ihn, wenn ich in der Gym bin, anstatt einem Swipe Card zu haben. Und ich benutze ihn in verschiedene Geräte, um zu erzeugen, um diese Mitglieder zu erzeugen. Also, es gibt ein paar Beispiele für diese Technologie. Aber Leute schauen sich nicht für eine Geschäftskarte oder eine Geschäftskarte, wie wir es kennen? Ja, ich kann auch meine Geschäftskarte auf dem Chip. Du kannst meine Hande, wir können das später auch machen. Du kannst meine Hande und du kannst meine Geschäftskarte direkt in deinem Handy. Okay. So, es ist ein bisschen magisch. Wie ist es das? Ist es via Wifi oder Bluetooth oder wie ist es dann? Die Technologie nennt man Near Field Communication. Du hast wahrscheinlich NFC-Devices auch in deinem Pocken. Typisch diese kleine Key-Fobs oder Badges sind NFC. Oder in deinem Swipe-Karten in deinem Wallet. Aber viele Smartphones haben NFC-Devices auch NFC-Devices. So, das ist die Technologie, die dieses Implant benutzt. Okay, danke. Danke. Danke, danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017